Es ist Juni, es ist Sommer, wir wollen in den Urlaub, aber zu Corona ist es gar nicht so leicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen gar nicht immer weit weg fahren, sondern auch hier in der Region gibt es ganz viel zu entdecken. Deswegen fahren wir jetzt nach Blaubeuren zum Blautopf und nehmen euch mit auf unsere Ausflüge. Schau mal, nur ein Kilometer zum Blaufnilz. Voll gut, dann mal los. Wir sind ein bisschen verloren hier im Wald, haben schon ganz viele Wanderbekanntschaften gemacht, aber alle sind auf der Suche, wo es zu dem Blaufels geht. Aber schau, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Es ist einfach so mega, mega schön hier. Hat sich sowas von gelohnt, der Aufstieg. Dann können wir über ganz Blaubeuren gucken und noch drüber hinaus. So schön, guck mal, hier unten. Und man sieht richtig, wie das ins Wasser reingeht. Die ganzen Blätter. Das ist echt toll. Das ist 21 Meter tief. Das ist heute ein bisschen doll. Und wie fandest du es heute? Es war so ein schöner Tag. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob es im Schwarzwald auf den Mittagel kann. Wird schwierig, aber mal sehen. Das ist immer so Fertil. Auch wenn eingehen. Ich habe jetzt Tonight-